Willkommen zu einer weiteren Folge Fussballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Durch einen glorreichen 6 zu 1 Sieg gegen die Bayern im Champions League Halbfinale haben wir das Finale gegen den FC Chelsea erreicht. So, jetzt geht es in der Liga weiter mit dem Videotextmodus Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Dafür müssen wir den Videotextmodus erstmal einstellen. Das ist Rotation 2. Das werden die Kameraden. Und los geht's. Mal gucken was wir gegen Frankfurt anreißen. Ich hoffe wir fangen die Bayern noch ab auf dem Weg zur Meisterschaft. Zwei Spiele haben wir noch. Müssen wir halt mal gucken. So, Jugendspiel erreichen Trainingsziel. Höchster Form gewinnen. Wer? Lausen. Sehr gut. So, dann gucken wir erste Mannschaft. Irgendeiner gelb gesperrt. Das ist Santiago Assasibar. Dann kommt jetzt. Wieso habe ich jetzt hier. Achso, ne. Ist okay. Alles gut. Alles chic, alles gut. Müssen wir den Penya reinnehmen. Ja, passt. Okay. Gut. Ähm. Wieso ist denn der jetzt? Was ist denn jetzt noch hier? Achso, ein Stürmer fehlt. Äh, Jugitsch. Oder? Ab. Ab sollte doch rein. So. Und los geht's. Dann gucken wir mal was wir gegen Frankfurt den Videotextmodus reißen können. So, Heimspiel. Zehnte Minute 0,0. Zwanzigste Minute 0,0. Dreißigste Minute 0,0. Halbzeit. 1,0 für uns jetzt erstmal. Kunja. Halbzeit 1,0 für uns. Sehr gut. 45. Spielminute. So, dann wollen wir mal weitermachen hier. Mit Zwietracht Frankfurt. Oder Eintracht Frankfurt. Wie auch immer. So, weiter geht's. Fangen wir mal mit der 60. Minute an. 60. Minute 1,0. 70. Minute 1,0. 80. Minute 2,0. Durch Nadiem Amiri. Und Endergebnis. 2,0 gewonnen. Und Tabellenführer. Ja. Wir haben's geschafft. Wahnsinn. Jetzt noch das 3D Spiel gegen Freiburg. Und dann ist die Sache gegessen. Ich hoffe wir gewinnen das. Wir haben 1 Punkt Vorsprung vor Bayern. 79 zu 38 Gegentore. Wir haben nur 1 Gegentor mehr kassiert als die Bayern. Nicht schlecht. Gut. 2,0 gewonnen gegen Frankfurt. Sehr gut. Gut, 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 gut. So. Schneller Sieg. 1-2 gegen Stuttgart gewonnen. Die Reserve. Hinweis auf Sonderprämie für Einsätze. Ja, ja, ja. Ist alles okay. So. Jetzt kommt gegen Freiburg. Rotation 1 3D. Zack. Machen wir morgen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen beim Spiel gegen den SC Freiburg wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.